Inzwischen geht es in der Champions- und Europa-League gut zur Sache. Doch mit einem Augenzwinkern gesehen, auch in der 8. Liga wird um wertvolle Punkte gekämpft. Die Fußball-Landesklasse West wird präsentiert von Sternquell. Sternquell-Pilz und Sternquell-Spezial, die legendären Biere aus unserer Heimat. Sternquell des Vogtlands. Heimat inklusive. Das Spitzenspiel ging zweifelsohne im Sportpark in Glauchau über den Rasen. Im Westsachsen-Derby empfing Empor die Lok aus Zwickau. Mit einer starken Schlussviertelstunde und drei Toren dampfte Empor zum 5 zu 2 und in der Tabelle an der Lok vorbei auf Platz 2. Lok wird nun zu Hause gegen die Fortuna aus Chemnitz den Kessel wieder anheizen wollen. Glauchau fährt nach Lichtenstein und will den dritten Sieg in Serie. Im benachbarten Merane musste der SV gegen Schneeberg eine 1 zu 4 Niederlage hinnehmen. Beim Tabellenbrimos Rapid Chemnitz wird es am Sonntag wohl auch nichts zu holen geben. Reichenbach verspielte erneut in den Schlussminuten einen Sieg. Nach Lichtenstein nun auch am Wasserturm mit einem 1 zu 1 gegen die Chemnitzer Germania. Beim Tabellenschlusslicht Klaffenbach sollte die Konzentration nun auch mal 90 Minuten reichen. Auch Oelsnitz und Mühltroff gingen in ihren Chemnitzer Vergleichen nicht als Sieger vom Platz. Regelrecht blamabel der Zusammenbruch der Spergen nach der 1 zu 0 Führung in den letzten sieben Spielminuten zur 4 zu 1 Niederlage. Die starke Schützlinge fahren nun zum Tabellennachbarn nach Stolberg und könnten sich mit einem Dreier im Mittelfeld behaupten. Die Mühltroffer verloren bei der IFA 2 zu 1, wollten beim Stand von 1 zu 1 den Sieg treffer und bekamen einen klassischen Konter. Nochmals auswärts geht es am Sonntag für die Westvogtländer nach Oberlungwitz zum Aufsteigerduell. Ein Sieg beim Tabellennachbarn ließe die Vogtländer Richtung Mittelfeld marschieren. Anstoß für alle Partien ist am Sonntag um 15 Uhr. Nun zu den Damen. Landesliges DFC Westsachsen Zwickau gewann beim CFC und behauptet Platz 2 der Tabelle. In der Landesklasse übernahm Jösnitz nach einem 6 zu 4 Übertum Herold die Tabellenspitze. Denn der bisherige Primos Rodewich bekam bei Eiche Reichenbrandt eine 5 zu 1 Packung. Das Westsachsen-Duell zwischen Glauchau-Grimmetschau und Ebersbrunn entschieden die Pleisestädterinnen mit 4 zu 0 für sich. Die spielfreien Wildenfälzerinnen rutschten auf Tabellenplatz 2 und müssen nun zum Dritten nach Reichenbrandt. Jösnitz ist in Ebersbrunn klarer Favorit und Rodewich ebenfalls zu Hause gegen den FFC Chemnitz. Die spielfreien Wildenfälzer